Ja, ich möchte Daten austauschen. Stell dir vor, du bist im Büro und es ist ein etwas größeres Büro und du möchtest einer anderen Abteilung eine Datei zuspielen lassen, wie dein Monatsbericht beispielsweise. Jetzt könntest du hingehen und das irgendwie auf einen USB-Stick packen und dahin laufen. Ja, das würde man das sogenannte Sneakernet nennen, ja, ein schuhbasiertes Netzmeer. Aber jetzt mach das mal mit 100 Dateien oder so, an 100 verschiedenen Abteilungen, die durch jeden Monat irgendwie diese Datei zubringen muss. Wird anstrengend, ist nicht so effektiv. Deswegen wollen wir mit einem Netzwerk einfach Daten austauschen können. Das gleiche mit der Hardwarefreigabe. Ja, ich kann natürlich hingehen und sagen, jeder Arbeitsplatz bekommt einen Drucker zur Verfügung gestellt. Aber das kostet Geld, ja. Ich kann ja nicht 100 Drucker kaufen und die an die einzelnen Arbeitsplätze stellen und 50% der Leute benutzen den Drucker gar nicht so oft. Da wäre es ja viel sinnvoller, wenn ich einen Drucker habe, der dafür ordentlich Wumms hat und dann von allem benutzt werden kann. Und das erreichen wir mit einem Netzwerk, in dem wir Hardware verschiedenen Leuten zur Verfügung stellen können und somit die Ressourcen teilen können.